Herzlich Willkommen zu den Buchgesprächen. Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Diese Feststellung aus dem Götz von Berlichingen von Johann Wolfgang von Goethe trifft auch auf die Kirche zu. Heroischer Einsatz für die Würde des Menschen und selbstlose Nächstenliebe finden sich ebenso wie Glaubensschwäche, Anbiederung an die Welt und Feigheit. Ein Buch, das lichte und finstere Momente der knapp 2000-jährigen Geschichte der Kirche dokumentiert, hat nun der Religionswissenschaftler Dr. Peter Egger aus Brixen veröffentlicht. Das Buch trägt den Titel Kirchengeschichte, Licht und Schatten. Der Autor ist heute bei mir zu Gast. Herzlich Willkommen, Herr Dr. Egger. Grüß Gott, Herr Pelster. Sie haben versucht, die Kirchengeschichte in einer neuen Form darzustellen. Welche Überlegungen haben Sie dabei geleitet? Ja, da hat mich die Überlegung geleitet, dass man oft erschrickt, wenn man diese riesige Geschichte vor sich hat. Eine endlos lange Geschichte von 2000 Jahren. Und da habe ich mir überlegt, wie das wäre, wenn man einmal die Kirchengeschichte in einzelnen Schwerpunkten vorstellen würde. Also wenn Sie zum Beispiel mal etwas hören über die Hexenverbrennungen, wenn Sie was hören über die Inquisition, über die Kreuzzüge, dann haben Sie hier ein Thema, das Sie unmittelbar anspricht. Und das kann man dann etwas vertiefen und da bleibt dann auch etwas hängen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, einen direkteren Zugang zu finden. Und gleichzeitig soll Ihnen dieses Buch auch Argumente liefern, wenn Sie mit den Menschen über heiße Eisen sprechen. Es gibt zahlreiche Fehlentwicklungen, leider Gottes, in der Kirche. Fehlentwicklungen haben oft mit Fehlhaltungen zu tun. Zum Beispiel Gleichgültigkeit gegenüber Gott, Desinteresse an Fragen des Glaubens. Welche Folgen haben solche Fehlhaltungen für die Kirche? Ja, vielleicht können wir mal zunächst sagen, wenn man die Kirchengeschichte durchgeht, kann man immer wieder feststellen, dass Fehlhaltungen die Ursachen waren für ganz bestimmte Fehlleistungen in der Kirche. Und da haben Sie schon angesprochen, der mangelnde Glaube, dann auch die mangelnde Nächstenliebe, der mangelnde Mut, alles das kommt zum Tragen. Und da können wir dann feststellen, dass immer dann, wenn der Glaube fehlt, wenn die Nächstenliebe fehlt, wenn die moralischen Werte infrage gestellt werden, wenn sich die Kirche an die Welt anpasst, dann verflüchtigt sich die christliche Wertvorstellung und auch die christliche Religion zunehmend. Und das ist einfach die eigentliche Wurzel für viele Krisen, die man immer wieder feststellen kann. Die Menschen spüren dann, die Glaubwürdigkeit geht verloren, die Überzeugung geht verloren, die Werte gehen verloren und zum Schluss fehlt dann auch das Vertrauen in die Institution. Und deswegen muss man immer wieder damit beginnen, den Glauben neu zu entzünden, die moralischen Werte neu zu verkünden, die Nächstenliebe zu praktizieren, auch einen entsprechenden Mut an den Tag zu legen. Wenn diese Haltungen wieder praktiziert werden, dann geht es mit der Kirche wieder aufwärts. Im Laufe der Kirchengeschichte hat die Kirche oft versagt. Kritik an der Kirche ist also notwendig und auch berechtigt. Zuweilen aber geht die Kritik ins Maßlose. Sie sprechen in Ihrem Buch von sogenannten schwarzen Legenden. Was meinen Sie damit? Ja, also mit den schwarzen Legenden meint man konkret Anschuldigungen, die über gewisse Tatsachen hinausgehen. Nehmen wir ein Beispiel. Wir alle wissen, dass es die Hexenverfolgungen gegeben hat und da gibt es also Zahlen, die einfach in der Form nicht stimmen. Da hat man zum Beispiel davon gesprochen, dass 2,9 Millionen Hexen verbrannt worden seien. Wir wissen abgrund der neuesten Forschungen, dass es sich in Wirklichkeit um 50.000 Hexen gehandelt hat oder Brauen, die man als Hexen bezeichnet hat. Jede Hexe oder jede Brau, die verbrannt wurde, ist natürlich zu viel. Aber es muss mit den Fakten übereinstimmen. Oder man hat zum Beispiel Folgendes auch gesagt, dass also die katholische Kirche die eigentliche Hauptschuldige sei an den Hexenverbrennungen. Wir wissen inzwischen, dass auch die weltlichen Gerichte hier sehr viele Urteile gefällt haben. Oder es wurde auch zum Beispiel kolportiert, dass man sagt, in der katholischen Kirche hat das stattgefunden. Wenn wir das objektiv betrachten, dann können wir sagen, es gibt genauso auch Hexenverbrennungen im protestantischen Raum und auch im kalvinistischen Raum. Also dass man hier mal einfach sagt, bleiben wir bitte bei der Wahrheit. Es geht nicht, dass man gewisse Dinge übertreibt, nur um die Kirche da als die Schuldige hinzustellen. Wo die Kirche ihre Schuld hat, das soll man anerkennen. Aber man soll ihr nicht eine Schuld zuweisen, die nicht stimmt. Sie betrachten und dokumentieren in Ihrem Buch nicht nur die dunklen Kapitel der Kirchengeschichte, sondern Sie erläutern auch sehr schön die lichtvollen Kapitel. An erster Stelle erwähnen Sie die geistliche Betreuung von Menschen. Was kann die Kirche auf dem Gebiet Gutes tun? Also da muss man sagen, die Kirche hat sehr viel getan und tut immer noch sehr viel. Bei dieser geistlichen Betreuung können wir zunächst einmal sagen, sie verkündet das Evangelium. Und wenn man das Evangelium kennenlernt, dann ist das eine Probbotschaft. Da hat man dann wirklich einen Horizont, wie wendet sich Gott den Menschen zu, was für eine Hilfe gewährt Gott den Menschen. Dann hat man auch ganz bestimmte moralische Wertvorstellungen. Es gibt eine Orientierung in der Bergpredigt zum Beispiel, wenn das den Menschen vermittelt wird. Aber die Kirche hat den Menschen auch konkret in ihren Schwierigkeiten geholfen, in den persönlichen Schwierigkeiten. Es gab immer die Möglichkeit, mit einem Priester zu sprechen. Dann hat die Kirche auch die Menschen begleitet in schwierigen Situationen, wo sie Trost gebraucht haben, wo man sie aufgerichtet hat. Wenn Notsituationen waren, Sterbefälle und ähnliches mehr. Die Kirche stand immer zur Verfügung. Und auch im Hinblick auf die Sakramente. Die Kirche hat diese Heilsmittel von Jesus den Menschen angeboten und hat ihnen dadurch zu spüren gegeben, dass Gott ihnen nahe ist und Gott ihnen hilft. Und das alles ist von unschätzbarem Wert. Männer und Frauen der Kirche haben auch maßgeblich dazu beigetragen, die Würde des Menschen zu entdecken. Die Würde des Menschen als Abbild Gottes und diese Würde auch zu verteidigen. Fallen Ihnen Personen ein, die Sie da besonders hervorheben würden? Ja, ich würde mal ganz allgemein sagen, die Kirche hat zum Beispiel im Römischen Reich sich dafür eingesetzt, dass auch die Sklaven menschenwürdig behandelt wurden. Und da Sie aufكون. Vielen Dank!